Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS220. Willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Gemeinderade mit dem Lippenfloria. Einen wunderschönen. So wir sind natürlich wie immer ganz fleißig beziehungsweise ich noch mal dünn. Ich habe jetzt rausfühlen, was im Feld 20 nicht gestimmt hat. Und zwar gibt es hier hinten noch ein Stückchen. Wir so aber mit der Grenze dahin abgegrenzt ist, aber trotz dessen noch zu Feld 20 gehört. Hach, das ist so schön. Hey, das habe ich dir gleich gesagt. Das habe ich nichts gesagt. Habe ich jetzt gleich sagen können. Du hättest es. Aber die Betonung liegt auf hätte. Das ist dann hier hinten noch. Ah, hinten ist ein Stall. Interessant, interessant. Muss ich denn noch spritzen? Ey, ich kaufe doch alles wie Sprit. Fällt 20,85%. Geht doch vornherein. Was ist richtig? Die ist doch gar nicht so schwer. Oh, der hat richtig wetter im Betten aufgelacht. Eider nein. Da bist du aber auch nicht GPS gefallen. Ne, doch, bist du nicht GPS gefallen, oder? Ich bin auch nicht GPS gefallen. Oh. Ja, dann. Natürlich irgendwie irgendwo schwierig. Nein, also, ja. Überhaupt noch mit. Also, hier können wir sie ja noch einigermaßen denken. Aber dann noch mit Mais und BD sind die Gruß und um und ah, ich weiß nicht. Das können wir schon mal haben. Ah, bis fertig. Ich habe gerade dachte, es ist mein so, aber nicht mehr. Aber ganz kurz, bei der 9.40 an, wo ich ihn gerade mache. Also, was ich gemacht habe. Warte. Schau dir mal, dir schlägt den Teppich an, Alter. 49. Ist da, äh, da. Tun wir mich nochmal auf und kraut. Alter. Junge. Also, okay. Die Eiseteile gehen. In echt kriegt man sie auch nicht immer so sauber hin. Ja, aber. Dass sie geht und dann kommt dieses, der Pfeil. Und er kann schon gleich schätzen. Ja. Aber der Pfeil ist, der Pfeil ist gut, Warn, Alter. Das ist ein Kunstwerk. Der ist, der ist tipptopp. Aber da kann man nichts sagen. Ich habe richtig fest, den Pfeil. Ja, das ist ja. Mhm. Er ist da ein bisschen unförmig. Aber, ah, fällt zwar nichts fertig. Aber man hat ein paar. Also, auf der Rade scheint bis jetzt alles gut zu funktioniert mit Invasionen und Bugs. Ich habe auch das Geld bekommen, die 4.000. Oder gesehen, was er gesagt hat, weil ich sie abschlossen hast. Ja, ich auch. Du bist fertig, ich glaube, bitte. Ja, ich weiß. Ich habe einen dünge Streiner Schaus. Ich fahre gerade bloß am Feld dran wieder heim. Oder was heißt heim? Wieder weg. Du hast ja eingestimmt, okay, ja. Hm? Das ist eigentlich Zeugnung, okay, ja. Ja, ich bin mit meinem Fahrmom in unserem Amazonen unterwegs. Ja, das kann ich wirklich ohne Probleme abschließen, die 14.000 Alpha. Das hat 14.000 gegeben. Ja. Ja. Wahrscheinlich, weil es so viele Leute aufgeregt hat, weil das Filter abteilt ist und dinge sich, ich achte immer ein bisschen mehr, wer jetzt so schlau ist und rausfinde. Hm. 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 Ja, 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 ja. Ich habe den Mandel abgeschmissen. Alles gut. Okay. Hatte ich noch irgendwas zu machen? Ne, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. ich bin am Feldrand angelangt und guck jetzt nach wo ich als nächstes hin muss so 20.000 da das ist bald wird eine ballenpress mission bei uns ist ein sehr geblieben alle die man schon mal um was 20.000 geben wie für die 100.000 liter baumwolle alle die pflügen 27.000 wieder fällt 3 die schläuche gehen unten lang ist eigentlich so üblich kacke oder nicht außer die sind dann irgendwie durch eine metallplatte oder was geschützt die sind dann mit einer metallplatte geschützt und alles aber trotzdem ist es scheiße ja da musst du immer da unten durchfrieren ja ok das geht wahrscheinlich du musst halt die vorrichtung dran haben dann haben wir als nächstes die 25.000 für 15.000 die 25.000 ist ja so wenn da die 20 ist dann kann die 25.000 eigentlich nie als weiter und wieso ist denn die die relation das viel größer und verteilter als die egal die 25 ist direkt neben uns das 16 ok dann weiß ich wo ich hin muss so abfahrt drauf irgendwie das können wir alles machen die 13 sind jetzt sind ein bisschen die Wurzungsdreiberg der Mulder sagen haben wir mehr oder wir haben einen Schmetterling der alten Füße ist es ist schon länger erhoben ist auf dem Weg durch Falsch ab wird ich habe nie ich habe nicht mehr die muss die ganze Zeit das andere Zeug machen bitte bitte ich frage der Wender hat Probleme in der Sonne wenn es noch ruckelt ist klar weil wir hier noch nie waren aber seit dem 1.3er Pest schon nie waren deswegen kann es ab und zu mal noch ein bisschen laben und das ist eine neue gemeine Rad rauskommen und das ist eine neue gemeine Rad auch das ist nur ein Update von mir da ist kein neues Update rauskommen ich habe nur die Lichtverhältnisse angepasst wenn du in den Shopmenü reingest und dir was anschaust und wieder raus gehst du hast eine andere Schattenqualität echt? mhm das ist jetzt auch gerne dass wir jetzt ein Ding haben mhm was sollen wir haben? ah der Händler Reparatur und Verkauf achso ne da habe ich mir noch nicht habe ich noch nicht die Zeit dafür gefunden zu sagen habe ich mir auch noch nie angeguckt mh wie kommen denn da jetzt noch? jetzt gehts auch mal ja das war doch grad viel älter bist du geführt worden? ja 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 die Schatten anders das sind oder ob die Leuchtung besser ist das ist auch nicht ganz final ich bin grad einmal in den Shop rein und das ist alles anders ja das ist alles nur Late dann deswegen also du musst in den Shop reingen und das ist Late und unter Anführungszeichen stehe ich dir halt einmal neue Licht anstelle und das kann jeder von euch aufmachen ähm ja dann trug mich vor bei mir ein guter Kollege ja dann trug mich vor bei mir ein guter Kollege was war's ne? ähm gleich mal angucken wie es bei mir ausschaut das interessiert mich dann doch auch nö ich lass die nicht meine nein 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 und dann lauf ich halt zum Hof oder wo auch immer du grad bist da geht der nicht ne du bist ja da vorne gleich ich kenn die Aut hallo du bist auch voll weg nach Huia Junge Zahnsema Zahnsema Alter ich bin grad voll weg hm hm hallo bring dich wieder auf deine Spur ich muss da rauchen hallo und Abschuss Aua und da hält du die Diggab das Smiley hinten hält mich auch an alter stimmt ja 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 äh vielleicht wer vielleicht hey was kann ich dafür dass dass du da ein Scheißfettchen stellst also wenn wir das mitnommen Kartofferager ich bin es mitnommen mit mehrwertungen oder was rein theoretisch gehen würde aber bin ich mal jetzt nicht so sicher so alle rupf ich hier wo hoi hoi A Alli verpflichtet Läggia Mo A A G G A G G U B W F Zöldsicht gut an ja doch das Bühne so dann fahr ich mal weg ich glaube wir brauchen noch etwas muss ich nicht das hast du brauchst wo ich mir hinten den Düngerstein nicht von beschwingt ich will mich sowieso dass der noch streut der hat zwar Schutz geht ja dran aber ich glaube die jetzt noch verbringt ich bin auch mit dem Tank nicht geflogen alter ach so du bist da oben ja keine Ahnung ich muss sagen das schon ehwisch und ich würde schon mehr nicht aber was ist denn jetzt wenn der Stadion einfall ich komme hier nicht rum ach so da hinten ja das war im 19. Jahr oder so wenn es die Wiese ist was ich glaube ich glaube dass es die Wiese ist wo man in der Kurve hernehmen muss ja ja das ist die Gute das ist die Gute das ist die Gute die Gute da ja die sind die Gute das ist ja gut das muss man mal wieder herunterstellen ja richtig gescheite gefeuert alter da gibt's die lange so muss er ja an der Fall sind ich hab ja schon ihre Strahlung ich hab ja schon hier vorne wieder aufbereit machen aber er ist cool also hier haben wir hier schon dann mit der vorne nehmen wir ja irgendwie alles mit 25% auf die 25 äh 20% auf die 25 so rum haben wir gerade was er dachte kann auch nicht stimmt das ist ja so ich hab das jetzt mal kurz nach wieviel da jetzt schon gedüngt ist ob ich da jetzt nur noch fahren muss oder nicht ne ne das heißt ich mach jetzt hin ne neue GPS-Bahn die wo hier schön so rüberläuft oh hier ist ein Weyer ich war da war ich da war ich war mit 19 auch schon mal wenn da war so cool das ist leider nicht mehr gegeben wieviel da war sie mehr brauchen ne dem hier nicht weil der ist zu klein da würden wir glaube ich zweimal fast voll machen können das ist weg ja ok dann wird's kritisch äh so dann machen wir mal wieder auf und dann wieder an fahrtenstücke hin alter was mag schon du grad alter ich ja das hat leckt übisch ich mach gar nicht ich bin ja man es ist bei mir nicht leckt sell sell all your trigger corp irgendein script ich hab nochmal mal ich hab extra grad das licht ausgeschalten alter irgendwas macht n lua lua fehler den hab ich permanent ja top aber sobald die kamera drin liegt mal einmal wieder b-punkt ok jetzt geht es lagern den ok ein gps äh so das und zack wie liegt der joa annehmbar wirst du sagen annehmbar reflektur bitte alter alter junge heilige scheiße jetzt geht's wieder ok doch nicht oh du du Kip du du hast du ja du du bei den klick du hast du du wirst du 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 so nun nur viel aber der geht nicht mehr weiter der ist eigentlich da bin aber müsste jetzt ist ein momentan nichts mehr üblich die fp sein brämmel der verkaufsbereich jetzt geht's wieder weil wir keinen haben weil wir keinen haben und macht den zähler ich bin gerade nicht mehr in der letzte reich vor die fahrer mir hat es auf jeden Fall aufgehört ich bin gespannt wie viel lang bei mir ist alles dunkel ich sehe nichts ohne Licht ja ok, das ist bei mir nicht so mein Motorhaube ist ja nicht in den Länden, ich weiß ja, okay, das liegt wahrscheinlich aufhand der Einstellung sollte ich nicht beschätzt sagen das ist trotzdem kacke, ich kann da nichts kaufen mein Motorhaube im Eifel, Alter perfekt, da kann ich nur noch etwas kaufen du lachst da das muss ich mir mal ein Bild schicken, also mir interessiert, wie das bei dir ausschaut jetzt geht es, ja ok, jetzt geht es, aber das ist grau, statt schwarz ist da richtig weiss gewesen, so wie in dem vordersten Eck, da komplett nach vorne liegt so wie in dem vordersten Eck, da komplett nach vorne liegt vorerstes Eck? ja, ich, ich habe sie keinen Schiff achso ja, die glänzt bei dir so komisch, keine Ahnung so wie ich das interpretieren kann das kann kein normales Glänzen sein das kann kein normales Glänzen sein das habe ich tatsächlich auch nicht das habe ich tatsächlich auch nicht weil in Außenansicht schaut es ganz geil aus, aber in Innenansicht, das ist ja ja, es hat wahrscheinlich noch irgendwie mit der Scheibe ausgewählt, wie das beim Gehau schauen jetzt hier also, so ja, das hat mit der Scheibe zu tun, die schaut dann noch ein bisschen anders aus, dann glaube ich so, hier dann jetzt läuft es plötzlich ja, ja, jetzt lebt es dann wieder keine Ahnung du machst du vorher auch irgendwie ist jetzt wieder die, die ist die Hauptsache ja, die GPS-Lawin, leider mal hm hast du mir mal ich hab dir mal 89%, das ist unser Maul hier ich hab dir jetzt auch der Kaderachschirm na, ich war hier noch ein Stück vor und dann müsste es die Auge abgeschleudern sein geht auch nicht dann haben wir noch ein bisschen da drüber aber wir haben hier noch mal ein stück drüber das ist ja hier vorne ok drücken wir da noch mal ein stück drüber und dann muss es passen drücken dr 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 ja es war ein bisschen viel ich war doch nicht für 96 prozent so ganz wenig und so ja 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 das war ich nicht was soll denn los gps und johnny und dross sagt nein und sie wollen mähen und gps spinnen und hängen auf und fahren weiter und saunen und dann was going wrong ich habe ein problem motor start no way no problem no problem drive one two three problem das ist gut ich hab kein problem mehr das ist okay jetzt habe ich wieder ist gut denn also das war ja so warum hier nun müsste die müssen auch diese das wird gespeichert haben warte er ist jetzt haben wir langsam ein was fehlt den jetzt hier noch 8 oder dafür sind wirklich so kann ich dann natürlich damit alles super da ist ein sechsten gang drin und bretter mit 40 über kartoffer agger gegen die spur also du was soll doch alles laufen ich staue alles hippie toppie das ist wieder kein problem ein däumchen wäre ein träumchen wir können schon noch keinen cent unten den roten knopf drauf im fall nicht getan glock aktiviert er wird nicht mehr verpasst das was von mir dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren folge hier auf der gemeinde rade im ls 22 zusammen mit der philipp und bis dahin macht es gut haut rein und ciao